Zum Jahresende melden wir uns mit einem Doppelsporttipp-Wochenende beim Sportbund Rheinland. Wir starten am 21.12. mit Handball in der Oberliga Rheinland-Pfalz-Saar. Der HV Fallender spielt gegen Eckbachtal am 21.12. um 18 Uhr in der Konrad-Adenauer-Halle in Fallender. Dann geht es am Sonntag, den 22.12. weiter mit Badminton in der 2. Bundesliga. BC Rehmagen gegen Markt Heidenfeld heißt die Partie dort. Start um 14 Uhr, erster Aufschlag 14 Uhr in der Rheinland-Halle in Rehmagen. Dann gehen wir auf das letzte Wochenende im Jahr und auf den Freitag, 27.12. Hier wartet noch ein spannendes Rheinland-Derby in der Eishockey-Regionalliga. Die Rockets aus Dietz-Limburg spielen gegen die Bären aus Neuwied. Um 20.30 Uhr ist Anpfiff in der Eishalle in Dietz. Und aktiv werden könnt ihr zum Jahresabschluss in Trier auf dem Hauptmarkt. Die Leichtathletik ruft uns zum traditionellen Silvesterlauf in Trier. Der größte Silvesterlauf in unserer Region. Geht dorthin, lauft selbst mit, feiert die Topstars. Und dann sehen wir uns im nächsten Jahr wieder, wenn es heißt die Sporttipps vom Sportbund Rheinland.